Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die Ernährung hospitalisierter Kleintiere mittels Ernährungssonde am Beispiel der Katze. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit auszuführen. Benötigt werden für diese Übung im Skills Lab ein wasserfester Stift, eine Ernährungssonde Rüschgröße 2, 2%-iges Lidokain-Gel, Nahtmaterial, eine Schere, ein Nadelhalter, eine Pinzette, einen Halskragen und einmal Handschuhe. Die Ernährung hospitalisierter Patienten in der Kleintierpraxis dient vor allem der Gewährleistung einer adäquaten Kalorienaufnahme. Bei anorektischen und hypo-rektischen Patienten sollte so früh wie möglich mit einer enteralen Ernährung begonnen werden, da dieses in einer besseren Prognose resultiert. Gerade bei Katzen kann eine Malnutrition zu schwerwiegenden Komplikationen wie der Ausbildung einer Hepatolipidose führen. Die Überlebensrate ist mit der Dauer der Mangelernährung negativ korreliert. Eine unterstützende Ernährung sollte bei jeder Katze in Betracht gezogen werden, die länger als drei Tage ohne Futteraufnahme ist oder länger als drei bis fünf Tage weniger als 50% ihres Nahrungsbedarfs aufgenommen hat. Das Legen einer nasoesophagialen Sonde eignet sich als sehr einfache und minimal invasive Variante der enteralen Ernährung. Die Patienten können so bis zu fünf Tage mit flüssiger Nahrung ernährt werden. Neben der nasoesophagialen Sonde existieren noch andere Möglichkeiten der enteralen, aber auch der paar enteralen Ernährung. In diesem Video wird das Legen einer nasoesophagialen Sonde erklärt. Die nasoesophagiale Sonde ist die einfachste Art der enteralen Sondenernährung. Da Katzen in der Regel nur kurzfristig über eine Krise zu bringen sind, ist dieses die am häufigsten angewendete Art der Sondernährung. Das Legen der Sonde ist in den meisten Fällen auch ohne Sedation möglich und von Vorteil, da der Schluckreflex die Sonde besser leitet. Besonders geeignet ist sie bei kritisch kranken Patienten mit einem erhöhten Narkoserisiko. Sie kann jederzeit entfernt werden und zwischen drei und fünf Tagen, im Ausnahmefall auch bis zu einer Woche oder länger, im Patienten verbleiben. Die Größe der Sonde richtet sich nach dem Außendurchmesser und sollte der Patientengröße angepasst werden. Diese Sonde eignet sich nur für flüssige Nahrung, da der Durchmesser für feste Nahrung zu klein ist. Zunächst werden alle benötigten Materialien zurechtgelegt. Die Länge der Ernährungssonde wird abgemessen. Diese sollte von der Nasenöffnung bis zum siebten bis achten Interkostalraum reichen. Mittels eines wasserfesten Stiftes wird die abgemessene Strecke markiert. Auf- und in das Nasenloch, durch das die Sonde geschoben werden soll, wird nun etwas zweiprozentiges Lidokain-Gel gegeben. Für das Eintreten des anästhetischen Effektes sollte einige Minuten abgewartet werden. Kurz vor dem Schieben der Sonde wird auch etwas Lidokain-Gel auf die Ernährungssondenspitze gegeben. Beim lebenden Patienten wird der Kopf in Brustlage angehoben. Das Nasenloch wird vorsichtig nach Dorsal aufgehalten und die Nasen-Ösophagus-Sonde wird zügig im ventralen Nasengang nach ventromedial vorgeschoben. Im Pharynx wird im Normalfall ein Schluckreflex ausgelöst, sodass die Sonde automatisch in den Ösophagus gelangt. Es sollte auf ein Schlucken des Tieres geachtet werden. Dann wird die Sonde weiter in den Ösophagus vorgeschoben. Da das Schlucken an diesem Simulator nicht möglich ist, wird dieses durch Druck von außen auf den Kehlgang simuliert, somit schließt sich die Epiglottis. Die Sonde wird nun bis zur Markierung vorgeschoben. Der korrekte Sitz der Sonde wird überprüft. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Eine leere Spritze wird auf die Sonde gesetzt, es wird aspiriert. Im Ösophagus herrscht ein Unterdruck, es sollte sich keine Luft aspirieren lassen. Die zweite Möglichkeit ist die Eingabe von etwas steriler Infusionslösung. Liegt die Sonde an der korrekten Position, wird weder Husten noch Schlucken oder Würgen ausgelöst. Alternativ kann ein Kapnograph an die Sonde angeschlossen werden. Es darf kein CO2 nachweisbar sein. Am Simulator können Trachea und Ösophagus auf der Rückseite angeschaut werden, um zu sehen, ob die Sonde korrekt positioniert wurde. Zur Fixierung wird die Sonde am Mucokutan-Übergang der Nase mit einem Chinese Finger Trap sowie mit zwei Einzelheften auf dem Nasenrücken und an der Stirn angenäht. Alternativ kann ein Gewebekleber verwendet werden. Dieser kann allerdings zum Verlust des Fels und der Haut beim Entfernen der Sonde führen. Zum Schutz der Sonde sollte das Tier einen Halskragen tragen. So wird das selbstständige Entfernen der Sonde durch den Patienten vermieden. Anschließend erfolgt eine Röntgenaufnahme des Thorax zur Beurteilung der korrekten Lage der Sonde. Diese sollte intraösofagial im 7. bis 8. Interkostalraum zum Liegen gekommen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017